hallo und herzlich willkommen das sind wir wieder bei satisfactory und ja nach dem strom update beim letzten mal haben das wohl einige falsch verstanden mein titel habe ich ja geschrieben verdoppeln den strom aber ich glaube die haben gedacht dass ich mache oder so was waren zwar mehr zuschauer dafür da aber das wort nur paar sekunden geguckt und daher denke ich war dass die leute das einfach nur falsch verstanden haben dann noch die wollte ich jetzt nur mal gesagt haben waren zwar 40 ausrufe oder sowas aber eine minute noch was an your time also nicht der rede wert und da denke ich mal dass die leute es einfach nur gedacht haben ich würde das per sheet verdoppeln den strom ist neben nicht so wollte ich immer gesagt haben damit ihr bescheid ist dass ich schade finde dass nicht längere wurde natürlich so warum wir die mal dran nehmen ich trägt hier um so wollen heute noch ein paar statoren machen und da draus dann motoren steht da schief geht ja gar nicht so nehme ich aus normalen machen wir wie viele 120 pro minute das könnten wir verdoppeln ja ach da steht das ich habe hier geguckt auf 270 gut das heißt 20 240 doch 240 kommt dann doch bis besser so dann machen wir aber ich wollte ich auch noch mal das blut hinter fertig machen dann bin ich mal nicht richtig hier anfangen kann ja naja legen wir erstmal los wir brauchen schmelzer die schmelzer mache ich so und dann ich würde ja da wollen wir sie gerne einen freilassen aber ich glaube ich mache das ein bisschen mehr zusammen so dann brauchen wir natürlich die splitter so nämlich das ist richtig dran jawoll dann kommt hier noch einer so und der andere war ja und auch das das läuft halt hier hin direkte so das war dann eine 2er nee sieht fast gut aus aber auch nur fast gut dann brauchen wir nicht die hier machen da kupfer barren nein du sollst das so machen doch haben alle gut das hätten wir dann kann ich mir aber weder nicht merken 30 brauche ich dafür dann 15 gruppe waren so und das heißt 16 mal nicht die gießerei sondern 16 mal ich glaube dafür reicht der platz war doch am schlauesten würde fast hier umgehen so aber ist ja dass ich nicht merken kann hast die wort dahin ja dahin passen so 234 1 2 1 2 3 4 5 6 genau das gleiche machen wir hier aber in gewissen abstand so aus dem grund dass ich dir ein bisschen auseinander mache ist dass ich da zweifach dran gehen werde also ich werde ersten vier hier mit verbinden die zweite vier damit verbinden damit unsere unsere verteiler da nicht zu sehr ins straucheln kommen was die zwar trotzdem machen aber naja kann es ja mal versuchen wir nehmen einmal den sprung hier packen die hier hin packen den dann einmal einmal dann sind die an könnten die sich nämlich schon mal voll lutschen schon mal loslegen wir können uns hier ein bisschen austoben der splitter kann es so richtig rum ja soo dann die noch da dran ist richtig rum ja so damit werden wir bestimmt genügend stadtthorn zusammen kriegen und dann kommen wir hier und so heißt die hier kommen da dran da brauchen wir nämlich den spieler sondern fördern fusionator einmal umdrehen umdrehen das schlendert war darüber dann machen wir das hier ebenfalls den brauchen wir nicht hier wieder falsch hat lange ich sehe alles gut 60 kommen darüber ist einer das 2 richtig hier hat man natürlich auch schöner machen können mit mit den mit denen hier aber das ist nur die produktion hier das ist alles du erst einmal nein einmal reicht einmal reich na Junge, spring doch einfach da drunter, Mann. So. Jetzt habe ich keine Eisenplatten mehr. Ich brech ins Essen. Kann denn nicht wahr sein? Ich weiß, was ich glaube, ich renne. Ich laufe dahin. So, nach den Eisen-Draht, ich glaube, wir machen eine Reihe Eisen-Draht und eine Reihe Eisen-Draht und aus einer Reihe machen wir dann Kabel. Die brauchen wir für die Staturen, glaube ich, auch. Ich habe das schon wieder fährt. Und ich muss mir was überlegen, wie in einem Zentrallager. Da muss irgendwo ein Lager hin. Ja, kann sich das wieder auffüllen. Wieso fühlt sich das hier eigentlich nicht mehr? Achso, das habe ich abgemacht. Genau, das habe ich ja darüber geschickt. Stimmt ja. Wir brauchen natürlich dann auch noch nicht falsch gelaufen, ne? Ne, bin ich nicht. Auch natürlich auch noch die Stahlbeton. Das werde ich aber drüben machen. Sieht das cool aus mit den Leitungen hier. Nice. Richtig gut. Also ich baue jetzt nicht nur Stadttoren. Bei mir kommen jetzt Motoren, will ich jetzt machen. und dann werde ich mich um die Stahlbeton kümmern. Oder Betonstahl. So, aus einer Reihe machen wir Draht, aus der anderen Reihe machen wir Draht und daraus dann die Habe. Das heißt, wir brauchen davon nochmal eine ganz ordentliche Masse. So. Gut, das nippt dann alles. Das muss ich halt nur nochmal durch. Draht. Dann ihn hier. Dann werde ich die noch nicht mit Strom besetzen. Und die werde ich jetzt nutzen, um daraus ich glaube, da brauche ich 60 Stücken, der 30, 60 Stücken kriegt 30 Kabel raus. Muss ich natürlich nur überlegen. 30 Kabel und wir kriegen an 30 Draht raus. Okay, 8 Stück mehr. Das kann ich ja direkt gegenüber setzen. Das ist ja dann perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, stimmt. Genau. 8 mal 30 sind 74. 8 mal 30. Warte mal, ne, Quatsch. 8 mal 30. 24. Ich depp. 240. Ist das richtig? 240 Draht und ich glaube. Mal. Ich bin da deppert. 140 Draht und wir bekommen raus 120 Kabel. Wir brauchen dann aber allerdings wo ist denn der Motor? doch nicht ich kann doch da Ach, die Rotoren habe ich vergessen. Die Rotoren muss ich ja auch noch machen. Oh Gott. Okay, wir brauchen eigentlich 10 Statoren aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich mache ich nochmal die Rotoren die Statoren äh ja Rotoren ja so Warte mal Ich rabbe mir wieder einen in den Bad sozusagen Hä? Ach so, ja die werden ja hier drin gemacht ich blöd Mann ähm da sind's äh entweder die die oder die würde gerne auf Kupferrotoren gehen auf die sie hier Statoren Tudor Strukturen mhm das ist ja klar ach so das ist anders jetzt gemacht elektromagnetische verbindungsstange automatisierte meiner tja das heißt wir brauchen hier eisen und noch eine kupferstelle der statoren kommen dann da raus wenn ich das mache wir zweimal bauen dann also 16 statoren 16 statoren sehr gut passt nicht da muss ich mir mal einen genauen weg überlegen ich glaube da werde ich dann mal beschäftigen und sowas und mir mal so einen kleinen plan selber zusammen basteln eventuell und den euch dann präsentieren und hier das lassen wir erst mal so stehen und ja es gibt ja immer noch dieses ja wer ist jetzt diese internetseite fixe app wo man dann gucken kann was man wie wo bauen kann und ich glaube das werde ich mir mal die tage mal angucken heute oder morgen und werde euch dann bericht erstatten und ich werde euch da vielleicht ein bildchen zu zeigen was ich mir rausgesucht habe und ja werde das mal vielleicht als blau pause bauen oder so wer weiß mal gucken werden wir sehen ob ich das hinbekomme auf jeden fall wünsche ich euch doch einen wunderschönen tag wir sehen uns in der nächsten folge ich hoffe es hat euch gefallen vielen dank für es rein schauen und bis dann ciao ciao